Yo Leute, was geht ins Video, euer Blue Tiger am Start und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Fortnite Ball Royale. Und ja, heute haben wir den neuen Raketenwerfer gefunden. Und ja, ihr wisst auf jeden Fall, man kann den neuen Raketenwerfer lenken. Also, ja auf jeden Fall, ich hatte ihn nicht, sondern mein Teammates. Und zwar haben wir heute Squad gespielt, mit dabei war der fette Overlord, der Unknown Fire und der Law. Und dann haben wir halt, ja, ein bisschen mit dem neuen Raketenwerfer gezockt. Und, okay Leute, wir haben ja eigentlich zu Ende der Runde erst gefunden, als wir die Gegner gekillt haben. Aber egal, Leute, klickt bei den Titeln. Und ja Leute, auf jeden Fall, ja, gönnt euch die Runde. Das war's mit dem Video. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Oh mein Gott, Töte Towers, komplett rasiert. Und dann so wie viele Leute rasiert. Das ist unser neuer Clickbait-Titel, Alter. Wieso, hier ist ein Chest? Ja, weil ich so eins. Ich meine das, was ich ja war. Ich gehe mal an das Baumhaus. What do you want? What do you want? Oh, RPG? RPG aus der Kiste? Das ist unsere Runde, Jungs. RPG aus der Kiste. Nein, ich meine meine Hacke. Diese eine, Free to... Die haben die von Arsch höher. Ich glaube, die haben die Garage höher gemacht. Auf jeden Fall komme ich hier auf jeden Fall jetzt überraus. Ich hab RPG, ich hab RPG. Ich auch, Digger, ich auch. Wir haben beide RPG, Alter. Komm, Alter. Das ist unsere... Ich hab, ich hab seltenen, also... Ähm, blauen. Ich hab fünf... Okay, ich hab drei Mini-Shieldies. Was ist der seltenste? Nein. Nee, nee, der goldene ist der seltenste RPG. Nein, man kriegt öfter den goldenen als den blauen. Kann sein, aber trotzdem ist der goldene besser. Ihr müsst drei Kits zusammen machen, ne? Justin, wenn man noch... Drei Kits mit RPG, also... Ey, Justin, was ist los? Ja, Johnny, Digger. Ich rescue dich, ich rescue dich. Ich habe auch richtig Verbände und Shieldies für dich. Ich rescue, rescue. Bau du. Sagst du, der war... Der war One-Hit, Alter. Ich hasse es auch. Ich brauch Bandages. Ja, ich hab, ich hab fünf... Oh, nee, mein Hit, ne? Es war... Er war so drauf. Warte, nicht den Big nehmen. Och, fuck. Nicht den Big nehmen, ich hab Minis. Ich hab... Ich hab Minis, Digger. Ich hab zwei Bigs. Ja, zwei Bigs, ja, aber Sparlieber. Sparlieber auf, warte hier. Warte, ich hab drei Minis, dann kriegt... Ja, warte hier. Ja, ich nimm zwei, dann nimmst du einen. Okay, Verbre... Nein, warte, ich gib dir... Nein, 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 ich hab ein Slap. Nein, 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 ich hab ein Slap. Ich hab ein Slap. Ich hab ein Slap. Ja, hier nimmst du Verbände. Und dann nimmst du die zwei Verbände. Ja, ich hab zwei kleine. Ich hab zwei, kommt doch mal, Alter. Ja, ich komm, ich komm. Ja, hier haben versagt. Wir können jetzt auch nicht mit 11 HP reinkommen. Ja, gut. Wo sind die Leute? Ja, ich nimm einen hier von. Warte. Hier. Ja, wo sind die Kanacken? Ja, bei mir. Ja, scheiß auf die Ausländer. Ja, die Ausländer. Aber du bist Deutscher, Deutscher, nicht? Es gibt doch. Ich bin Deutscher. Vollblutdeutsch. Ich bin 100% Deutscher, Digga. Mein deutsches Blut. Die sind im Haus, die sind im Haus drinnen. Ja, ach. Einer ist draußen. Ja, fick den. Ey, da sind drei im Haus drinnen oder so. Alter, wenn ihr die finishen? Ja, Alter, er geiert direkt. Ich geier den auch jetzt direkt, Alter, dem Bastard. Wie wollte der mir einen 200er-Hit geben? So easy, Alter. Einfach auf meinen Kopf. Ja, warte. Oh mein Gott, er hat mich einfach gerettet, Digga. Das war, das war intens. Intensive Runde. Okay, danke. Ich glaube, die haben auch Schild ist. Die haben auch, die haben auch safe. Ja, die haben hier auch welche. Okay, der macht einfach eine Tür. Nice. Boah, okay. Oh, blaue Pump ist irgendwie so anders. Gämmen die Flinte. Oh, Sniper, Digga hatten die. Der hat Minis. Ja, sechs Minis hatten die, perfekt. Wiemann Pump haben. Wiemann ne Pump haben. Ne blaue. Er hat jemand Bandages. Aber ich brauche Muni. Ah, leider nicht, sorry. Oh, fuck. Okay, egal, dass die anderen Häuser you looten, da haben wir safe Bandages. Hat der ist ein paar Pumka-Monie und das Sniper-Monie? Nee, Digga. Obwohl Sniper habe ich, Sniper habe ich. Und Raketen-Monie. Ja, Raketen habe ich nicht. Ich habe nur noch zwei. Sorry. Sorry, Digga. Ich habe auch nicht viel. Ich habe auch nicht viel. Egal. Egal, wo, von wo. Von wo. Von welcher Seite. Von da. Wo kamen die. Äh, 300. Warte, nur das Sniper einfach. Ihr kleinwächst Kinder, Alter. Kommt doch. Ja, jetzt Eier einziehen oder was. Hab ihn abgeschossen, er hat kein Schieb mehr. Warte, wo war's. Ja, ja. Finishing, finishing. Ey, Kelten. Ja. Digga, warte. Von wo, von wo. Ich hole ihn, ich hole ihn gleich, warte. Ich hole ihn erst mal hoch. Wie das jetzt. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Von wo. Der ist da, hinter den Baum. Wo, Anna. Komm, alter, pick doch du Fotze. Ja, moin dann nicht. Ja, warte, Digga. Ich muss gucken, wir da rum damit. Ich bin nur noch 80. Da ist einer, Saban. Alter, von wo. Ja, sauber, das ist da gewesen. Ja. VH, der ist, äh, ist gar nicht. Ich, soll ich das gar nicht mehr, oder wollt ihr haben? Es gibt leider keine Salane. Ich würd gerne, es gar nicht mehr, aber ich soll. Das muss ich jetzt noch rein. Ja, okay. Oh, hier ist ein Madkit. Der, hier ist ein Madkit unten. Und, äh, Dingens. Ey, Ketten, guck dir mal. Es gibt ein neues Fenster, ne? Es gibt ein neues Fenster, ne? Es gibt ein neues Fenster, gelten. Hier ist ein Madkit und es... Ich glaube, das ist neu. Ich geh mal davon aus, dass es neu ist, weil. Guck mal hier. Ketten, siehst du? Nein. Hier ist ein Schlürfi. Johnny, hier ist ein Schlürfi. Schlürfi. Ich hab auch Mini-Shieldis. Man kann an den Seiten keine Fenster machen. Aber eine Tür kann so zwei machen. Ey, Johnny, hier ist ein... Warte, nimm den Schlürfi. Nimm den Schlürfi erstmal nicht. Hier Minis, hier nimm den Minis erst mal. Nimm erstmal die Mini-Shieldis. Ey, aber lass erstmal... Habt ihr Verbände? Jungs. Ja, ich hab 10. Ja, dann gib Johnny. Dann Johnny nimm erstmal Verbände nach dem Schlürf. Ihr müsst. Ja. Danke. Perfekt. Wir sind auf jeden Fall gut equipped. Und die Zone kommt. Scheiße. Die Zone kommt. Aber Zone, Zone, Johnny. Fuck, ich brauch die Bandages, dann lass ich eben meine Shotgun hier. Ja, ja, erstmal in Zone ist safe. Oh, leider kein Jumper oder so. IPG ist besser als. Ja, IPG ist wichtig. Nimm dir, du kannst halt nicht immer schießen, wenn du zu nahem Gegner bist. Oh, Lama, Lama. Ja, lud. Einfach kriegst du da, ich kann zum Materialien. Oh, jemand, jemand schießt mit Armbrust auf mich. Ach so, Junge. Ich dachte, das Lama geht dann kaputt. Ich gönne das nicht, gar nicht. Als ob es Zeug von Namen ist. Nichtsgönner, Alter. Ja, ich komm gleich. Du kleiner Nichtsgönner. Was machst du denn ganze Zeit mit der Sniper, Digga? Justine, du kleiner Nichtsgönner. Du gönnst nicht, Alter. Du machst richtig Auge. Fahrtdamage bekommen wir. Ich bleib auf jeden Fall noch auf 80. Savona, besiegt dich. Digga, gönnt euch den Big Shieldy. Ja, ich nehm mit. Ja, ihr gönnt euch den Big Shieldy und die Band. Ich nehm den Slurp. Ja, nimm den, nimm. Gönnt euch, gönnt euch. Ich kann, ich kann das Slurp stacken. Nimm du die Shields. Ja, gönnt euch einfach. Alles. Und wenn ihr Moni braucht, sagt mir Bescheid, ich hab genug für euch. Wer kriegt den Slurp? Ja, nimm einfach mit. Ich nehm einen und du demst dann. Ey, braucht ihr irgendwas? Ey, Johnny, Johnny, komm mal hier. Ey, Johnny, hier, APG-Moon. Hier, APG-Moon. Danke. Wendet dich, wendet dich. Hier, Johnny, hier auch noch einen. Okay, Moni, weil ich hab hier keinen. Ey, braucht jemand Moon? Also von irgendwas, ich hab richtig dick bekommen. Ich brauche... Sniper Moon. Ja, Sniper Moon, komm mal raus. Ein Bandage. Ein Bandage. Ich hab keinen. Ja, ich komm gleich. Ja, ich komm gleich. Hier, hier ist Sniper Moon richtig viel für dich. Danke. Ja, ich... Immer... Ja, ich brauch immer Materials, Materialien. Kann sie wieder mitnehmen, die Bandage ist Johnny. Ja, klar. Du brauchst immer Materialien, ich kann mich alles geben. Ja, ich hab gar nichts. Ja, was ich hier nimm. Ich brauche auch von... Gib mir einfach Metall, wenn du willst. Warte, ich... 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 Ja, ich geb den Stein hier. Okay, perfekt. Ey, spielt sich mit Stein? Ne, ich spiele mit Holz. Warum? Okay, weil ich hab gar nichts zum Bauen. Ja, ich hab den Stein gegeben. Ich war mir noch ein bisschen einfach. Ja. Ich... So. Ich kann auch 500 Eisen noch droppen. Ich spiele eigentlich Holz. Ey, jetzt lass auf jeden Fall die Zone laufen, nicht, dass wir jetzt wieder dick Damage. Kannst du es gern? Kannst du es gern? Wie viel haben wir? Keine Ahnung, Mann. Oh, wir hier sind noch ein paar... Wo, wo? Der wird gerade gebaut bei ME auf dem Haus. Ist das frisch? Ist das frisch gebaut? Warum? Warum? Das wurde gerade gebaut. Was? Genau jetzt, okay, dann sind wir welche. Weil es könnte auch etwas äh äh älter sein. Nein, 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 es geht nicht. Warum nicht? Weil mein Vater doch keins mit Vertrag haben will. Also, ich wollte mir das eigentlich mit Vertrag holen, aber mein Vater meinte, nee, wir holen das doch nicht mit Vertrag. Und weil wir gerade nicht so viel, also nicht genug Geld haben, weil diese Rechnung von meinem Vater nicht bezahlt wurde, kriegen wir das nicht. Also, wir haben genug Geld, aber wir können das nicht für das ausgeben, also. Ihr habt nicht genug Geld? Halt die Schnauze, keine Ahnung. Nicht genug Geld, um es extra auszupfen. Nein, Mann, ach, halt die Schnauze, keine Ahnung. Ich sah nur einen Witz, Junge, halt doch mal dein Maul. Okay, ich glaube, da kommt man durch Anne and Sherry durch. Boah, wir haben auf jeden Fall einen dick guten Loot. Das können wir schaffen, hier mit der Runde. Die holen wir jetzt für den lieben Lore, der Junge. Lore, der Junge hat, Lore, der Junge hat Talent. Digga, doch, wir werden gewinnen, Digga, wir haben so einen niceen Loot. Boah, die Endzone ist eigentlich geil, die Endzone. Ey, weißt du noch, wo ich da runtergelaufen bin im Meer? Auch wenn es bei Snoopy war oder irgendwo, keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich runtergelaufen. Okay, ich meine, keine Bergkämpfer, zumindest hoffe ich das. Okay, Zone schaffen. Lass den Loot, 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 lass den Loot. Oh, oh, Allah. Boah, hoffe ich so einen goldenen, goldenen Raketenwerfer oder goldenes Skalberg. Darf ich markieren? Nein, 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 nein. Nee, nicht markieren, das kommt welchen hin. Ja, wir sehen ihn, ja. Weil wir wollen ja zwar den... ...undrake, es hat sich Rocket werfen. Impressiv. Boah, ich will den dann haben, danke. Korrekt, dass er in den dann gibt. Ja, dann gebe ich die Hälfte, Moni. Wir haben auf jeden Fall dick durch. Ich will nur einmal damit schießen, danach könnt ihr den haben. Ich will nur einmal sehen, wie das... Da hinten sind welche, da hinten sind welche. Welche, kurz? Auf 161, da ganz oben bei Tomato. Ja, ja. Ich glaube, die wollen wegsnipe. Nein, nein, ich glaube, die wollen uns wegsnipe. Ja, nein. Nein, nein, verfeiert hat er nie. Ich komm's auf ganz schön. Bau, 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 die sind da oben, die Eka-Torvenberg. Oh, fuck, Digger, ja, die haben gerade gefeiert. Boah, ich habe so einen Loot-Drop. Ja, baut auf jeden Fall beim Loot-Drop. Moment, gibt es da irgendjemanden, der rumgammelt, den ich vielleicht wegsnipe. Könnte, ne. Okay, baut auf jeden Fall um den Loot-Drop drum, ne? Okay, so, dann haben wir, bitte, uns. Oh, die neue. Ja, okay, die neue Shotgun. Ey, warte, ich kann mich nicht stacken, ich kann mich stacken. Ich habe einen großen, ich habe noch einen großen dabei. Und zwei, äh, geht den Brauch gerade keiner. Wobei, soll Johnny den nehmen? Ja, oder? Ich habe auch noch ein Lagerfeuer. Ja, ich habe zwei. Ja, oder du hast es genommen, ne? Ja, dann lass mal gleich. Warte, lass jeden ein Lagerfeuer setzen. Wegen Battle Pass, lass mich da auch gleich einsetzen. Weil, für Battle Pass musst du ein Lagerfeuer benutzen, Usen. Wie viel Lagerfeuer musst du eins setzen dafür? Eins, du musst einfach eins setzen. Ey, ich kann es mir auch eins geben, dann kann ich das auch gleich setzen. Ja, lass gleich machen. Ja, hier kommt, sauber nach mir. Ja, lass das jetzt schon mal Usen. Jetzt habe ich eine graue Shotgun. Ey, sollen wir das jetzt schon Usen? Lass uns einsetzen. Ja, lass uns einfach vorhin hin. Ja, ich wollte aussetzen machen. Ja, warum Usen ist Us? Ja, einfach für Battle Pass. Und weil wir generell ein bisschen. Nein, aber ihr könnt es ja auch nützlich sein. Ja, lass gleich wie nützlich vielleicht. Wenn wir keinen Nutzen finden, nur Usen einfach. Da unten, da unten, da kommt mal runter. Ja, warte, guck mal. Pass auf nicht, dass jemand... Ja, ja, pass auf, einer. Einer passt wegen hinten auf. Ja, der Gammert jetzt da. Egal, soll ich mit RPG rein? Oh nein, fuck schluss. Von wo? Ah, da unten, gar mit der. Ey, Johnny, komm hier rein zu mir. Johnny, komm hier rein. Nein, ich hab ein Schild verloren. Ja, hier ist doch Schild, dann kannst du dich nehmen, weil... Ja, ich hab Minis. Oh, fucken mich, die Typen wieder. Wo bist du? Hier oben drinne. Hab ihn, hab ihn niedergestreckt. Alle, die kommen von allen Seiten. Digga, die sollen mal schön... Fuck, hier ist einer. Ja, hier ist einer. Fuck, holt ihr euch. Ich hab den einen niedergestreckt. Wo? Wie bist du hier rausgekommen, Justin? Ja, ey, komm schnell, komm schnell, Digga. Ich hab Mini-Studys für euch. Zone, 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 Saberland. Ja, schaffen wir, oder? Keine Ahnung. Wir haben eine Minute, ja, ja. Ja, ja. Was nimmt dann direkt die Minis und dann gibt mir die Verbände. Ich komme gleich. Boah, ich hab den einen niedergestreckt, aber, aber ich hab ihn... Ey, warte, kannst du die Minis mit? Nehme ich, nehm die Banages mit. Stimmt. Warte, warte, nimm die Minis mit. Oder nimm die Minis, äh, zieh dir die Minis schon mal rein. Warte, ich zieh mir Banages rein. Ey, kannst... Ja, nimm die Minis hier mit. Ich muss ein Trink, 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 ein paar Trinken. Geht da einfach eine Gönnes-Gas. Ja, okay. Ja, hier liegen noch Minis. Ja, hier, Banages. Ja, ich hab, ich hab, ey, lass doch ein Lagerfeuer. Stuxy, 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 kannst du nicht mitnehmen. Ich konnte ja auch nicht, egal, Lagerfeuer, 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 Lagerfeuer hoch hier. Ja, nehmt ihr ein Lagerfeuer. Ja, dann pläst du das nächste Lagerfeuer. Ja, aber es ist aber lange, dann pläst ich das, komm her. Ja, ja. Oh, hier ist auf jeden Fall gefährlich wegen so viel Campern. Da vorne sind welche, da vorne sind welche, welche? Welche, wo konnte eine Bewegung gesehen? Adada. Ah, fuck. Ah, das heißt, das ist so ein 3er Squad. Kein Bock, ey. Er baut auf jeden Fall, lass mal Baseball. Keine, oder? Ja, die bauen sich direkt, hier, ne Murder Base. Man kennt ihn. Ja, moin. Das sind so, das sind so die letzten, noch, noch welche, da haben wir hier. Auf jeden Fall wegen Camper aufpassen. Okay, fuck. Okay. Fuck, Alter, der war so knapp. Was war das? Wollen wir mit RPG rein? Was hat der da für komische Sachen? Wollen wir mit RPG rein? Wir müssen die Bäume weg machen. Ey, die Bäume fucken übel ab, Alter. Wollen wir mit RPG einmal reinballern? Ey, ihr habt doch Raketenwerfer schießt doch mit Raketenwerfer drauf. Stimmt. Ne, einmal rein, da. Oh, die werden das so gefickt, Alter. Das ist schon. Ja, ja, das reicht schon. Reicht schon nicht verschwenden. Egal, wir haben eh genug. Warte, komm, Alter. Ey, da hinten ist noch ein Alter. Ey, drecks Baum, Alter. Diese Bäume fucken ihr richtig ab. Man kann gar nicht snipen. Man kann gar nicht snipen, Alter. Wenn ihr das da unten abmacht, dann geht der Tower zu. Ich weiß, habe ich auch kaputt gemacht. So gut wie ich sage, man macht jetzt den letzten Teil. Ich mache die Wand weg und dann macht's aber... Ja, alles wechseln, alles weg. Pushen, 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 wir müssen näher ran. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, was passiert, was passiert? Was macht ihr mit meinem Internet? Och, Junge. Was machst du mit dem Internet? Oh, okay, es geht wieder, es geht wieder. War vielleicht nur die Server? Ja, ja, hoffentlich. Ich habe mein Internet nur kurz geleckt. Komm, Rainer. Direkt immer alles auf IAS schiebst. Ja, und jetzt ruft Flo mich an, Alter, ab. Oh. Ja, wie der immer, wenn einer nicht online ist, gleich den anderen anruft, ne? Der sieht doch, dass wir im Endgame sind, Alter. Ja, achten, ne. Boah. Ey, Drecksbaum, Drecksbaum, Alter, der stand auf der Ruhm und dieser Drecksbaum. Ich schreck mich auch, Alter. Borda, Borda, Borda. Ja, lauf, lauf, lauf. Ihr müsst euch hochbauen, ihr müsst bei den Bäumen euch hochbauen. Ihr müsst euch in die Bäume hochbauen, über die Bord. Habt ihr da, habt ihr da niedergestreckt mit der Sniper? Push, die, push, ich hab's in ein Niedergestreckt. Ich hab' einen, ich hab' einen niedergestreckt. Ich hab' einen mit der Sniper geholt. Kommt, komm, komm. Ja, ja, der ist down. Der ist safe down. Der ist safe down, die Hände nicht mehr. Die können den nicht mehr hier, der ist down, also ich hab' einen niedergestreckt. Ich hab' eine Rakete hingeschossen. Ich hab' den ein, ja, der eine ist down, hab' den einen eliminiert. Ja! Ähm, ja! Ja! Nein, bitte, du wirst nicht! Das ist doch ein Rennen, du können dir! Nein, das will uns aber landen! Das ist echt, das ist echt ein Lott! Ähm, ähm, ähm... Das ist nicht noch für mich. Ja! Ja! Hu! Ja, Mann, Alter! Ja, Mann, Alter! Ja, Mann, Alter! Schieß, schnell! Ja, Digga! Ist das geil! Wie kann man den schweigen können? LoL! Alter, Digga! Intensive Runde, Digga! Intensiv, Digga! Die war intensiv, die Runde! Siehst du? Ja, ja, ich weiß. Ja, Moin, Alter! Das war mal wieder knackig! Das war mal wieder knackige Runde, Alter! Nice, Mann, ey! Digga, wie wir die am Ende geholt haben! Den einen haben wir weggesnipert! Yes! Man kann ja noch denn in der Zeit sterben! Fresh Runde auf jeden Fall, Mann! Fresh Runde! Noch so eine Runde brauchen wir!